Textbuch, Ein Kurs in Wundern, Kreuthofer-Lag, Kapitel 22, Die Erlösung und die heilige Beziehung Nummer 5, Schwäche und Abwehrhaltung, Seite 480 bis 481 Wie überwindet man Illusionen? Sicher nicht mit Gewalt oder Ärger oder indem man sich ihnen auf irgendeine Weise widersetzt. Einfach dadurch, dass du die Vernunft dir sagen lässt, dass sie der Wirklichkeit widersprechen. Sie laufen dem zuwider, was wahr sein muss. Das Sich-Widersetzen kommt von ihnen, nicht von der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit widersetzt sich nichts. Was einfach ist, braucht keine Abwehr und bietet keine an. Nur Illusionen brauchen eine Abwehr um ihrer Schwäche willen. Und wie kann es schwierig sein, den Weg der Wahrheit zu beschreiten, wenn sich nur Schwäche in den Weg stellt? Du bist der Starke in diesem scheinbaren Konflikt. Und du brauchst keine Abwehr. All das, was der Abwehr bedarf, willst du nicht haben, denn all das, was Abwehr braucht, wird dich schwächen. Denke darüber nach, wozu das Ego Abwehr braucht. Immer, um das zu rechtfertigen, was der Wahrheit zuwiderläuft, der Vernunft ins Gesicht schlägt und keinen Sinn ergibt. Kann das gerechtfertigt werden? Was kann das anderes sein, als eine Einladung an den Wahnsinn, dich vor der Wahrheit zu erretten? Und wovor möchtest du gerettet werden, wenn nicht vor dem, wovor du Angst hast? Der Glaube an die Sünde hat eine starke Abwehr nötig und zu einem gewaltigen Preis. All das, was dir der Heilige Geist anbietet, muss abgewehrt und geopfert werden. Denn die Sünde ist in einem Block aus deinem Frieden eingemeißelt und zwischen dich und seine Wiederkehr gelegt. Wie aber kann der Frieden derart fragmentiert sein? Er ist noch immer ganz und nichts ist ihm genommen worden. Sieh, wie die Mittel und der Stoff der bösen Träume nichts sind. In Wahrheit steht ihr beieinander, du und dein Bruder, und nichts ist zwischen euch. Gott hält euch bei der Hand, und was kann trennen, wen er als Eins mit sich verbunden hat? Es ist dein Vater, den du abwehren möchtest. Indessen bleibt es unmöglich, die Liebe auszuschließen. Gott ruht in Stille bei dir, unverteidigt und gänzlich ohne sich zu verteidigen, denn nur in diesem stillen Zustand liegen Macht und Stärke. Hier kann keine schwächer Einlass finden, denn hier gibt es keinen Angriff und deshalb keine Illusionen. Die Liebe ruht in der Gewissheit. Nur Ungewissheit kann defensiv sein. Und jede Ungewissheit ist Zweifel an dir selbst. Wie schwach die Angst doch ist, wie klein und wie bedeutungslos. Wie unbedeutend vor der ruhigen Stärke derer, die die Liebe verbunden hat. Das ist dein Feind, eine erschreckte Maus, die das Universum angreifen will. Wie wahrscheinlich ist es, dass ihr das gelingen wird? Kann es denn schwierig sein, ihr leistes Piepsen nicht zu beachten, das von ihrer Allmacht spricht und die Lobeshymne an ihren Schöpfer übertönen möchte, die jedes Herz im ganzen Universum ewig als eines singt? Was ist denn stärker? Ist es diese winzige Maus? Oder all das, was Gott erschuf? Nicht diese Maus, sondern der Wille Gottes verbindet dich mit deinem Bruder. Und kann denn eine Maus diejenigen verraten, die Gott verbunden hat? Wenn du doch nur begreifen würdest, wie wenig zwischen dir und deinem Gewahrsein, deiner Vereinigung mit deinem Bruder steht. Lass dich nicht täuschen von der Illusion der Größe und der Stärke, des Gewichts, der Solidität und der Festigkeit des Fundaments, die es präsentiert. Ja, für des Körpers Augen sieht es wie ein gewaltiger, massiver Körper aus, unverrückbar wie ein Berg. Doch in dir ist eine Kraft, der keine Illusionen widerstehen können. Dieser Körper erscheint nur unverrückbar, doch diese Kraft ist in Wahrheit unwiderstehlich. Was also muss geschehen, wenn sie zusammenkommen? Kann die Illusion der Unverrückbarkeit lange gegen das verteidigt werden, was ruhig durch sie hindurch und über sie hinausgegangen ist? Vergiss nicht, wenn das Bedürfnis in dir aufsteigt, wegen irgendetwas defensiv zu sein, dann hast du dich mit einer Illusion identifiziert und fühlst deshalb, dass du schwach bist, weil du allein bist. Das ist der Preis für alle Illusionen. Es gibt nicht eine, die nicht auf dem Glauben beruht, dass du getrennt bist. Nicht eine einzige, die nicht schwer, massiv und unverrückbar zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint. Und nicht eine, über die die Wahrheit nicht mit Leichtigkeit hinweggehen kann. So leicht, dass du, trotz allem, wofür du sie hieltest, nun überzeugt sein musst, dass sie nichts ist. Wenn du deinem Bruder vergibst, muss das geschehen. Gerade dein Unwille, das zu übersehen, was zwischen dir und deinem Bruder zu stehen scheint, lässt es so undurchdringlich scheinen und beschützt die Illusion seiner Unverrückbarkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.